ich box euch alle tot bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you ist nix also Kohle aber Kohle brauche ich jetzt gerade nicht so unbedingt hmm uuuh jukes das ist jetzt auch das dritte mal das gleiche lied kommt einmal mit gesang einmal ohne gesang jetzt noch ohne perkuschen blub da ist noch einer der bewacht die dias das ist aber lieb von dir dass du meine diamanten bewacht hast blub da ist 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 so wunderschön vier dias sehr gut so und jetzt gehe ich glaube ich erst mal wieder nach oben das könnte ich jetzt noch so und habe es da zu liegen scheiß mitnehmen so und jetzt habe ich wieder nach oben ab weil ich sage ich meine 30 levels kann ich nur den charmment table bauen und das ist dann halt schon recht geil sage ich mal ne wo war das jetzt nochmal hier bin ich raus zu kommen jetzt kommen wir gleich nochmal in die Höhle in der Höhle jetzt bin ich mal gespannt was oben für ein Wetter ist stunden später sieht nächtlich aus haha spinne du bist scheißviech ich habe keine Pfeile mehr das ist natürlich jetzt blöd 1,2,3,4 und ein Buch 2 einmal das und das Enchantment Table geil so den kann ich auch noch nicht platzieren und auch noch keine Level 30 Verzaubung machen weil ich noch nicht genug Bücherregale habe die werde ich jetzt aber demnächst mal anfangen mir zu bauen wo ich ein Monsterzeug reinpacken kann genau neben dem Bett direkt neben dem Bett da kommt unser Zeug hin das klingt gut ich habe ja mal dieses lustige dieses Grafikleck hier an der Seite äh so dann was haben wir denn noch Lapislazuli mal gucken was würde ich denn kriegen wenn ich jetzt meinen Bogen verzaubere Power Power und nix da stehen jetzt natürlich hart nach Magie zu Bogen 3 1 2 und 3 die Neun Bücher, jetzt muss ich mal überlegen, wie war das denn, viele Bücher konnte man denn nochmal setzen, viele Bücherregale. Ich meine, es wären, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ich weiß schon wieder nicht mehr, verdammt, nachgucken. Internet, Google, Google, Verzauberungstisch. So. Da, 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 Minecraft.de slash Gamepedia. So, das Setzen von Bücherregalen, neben den Zauertöchern, möglichst stärker Verzaubern, die dann auch mehr Erfahrungstufen kosten. Äh, Schätzung der Verwendung. Blablabla, blablabla. Ehhhhhhhhh Maximum von 15 Bücherregalen, das heißt, ich brauche nur noch 6. Anzahl der Bücherregale, das ist doch 15, Level 30 Verzauberung. Gut, 15 Bücherregale brauche ich, 15 Bücherregale, jetzt habe ich 9, das heißt, ich brauche erstmal Holz, heißt das, und das heißt, dass ich erstmal schlafen gehen, sollte auch wenn schon fast der Tag ist, aber ist egal, Librarian, 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 Arara, 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 habe ich nicht irgendwo, oh, da waren Enderman, I heard an Enderman, wo ist er, da unten, ein, zwei.